Hallo liebe Deutschlerner! Endlich, nach einer super langen Pause, gibt's ein neues Video von mir. Leider war ich in den letzten Monaten weder auf YouTube noch auf Instagram zu finden, einfach weil ich keine Zeit für soziale Medien hatte. Aber nachdem ich gesehen hatte, wie viele von euch mir Nachrichten geschickt haben, um zu fragen, ob ich bald was Neues posten werde, wollte ich euch einfach nicht länger warten lassen. Heute werdet ihr einige nützliche Ausdrücke mit der Präposition umlernen, die euch helfen können, so ein bisschen idiomatischer und authentischer zu klingen. Einige davon kennt ihr vielleicht schon und andere sind vielleicht neu. Schreibt also gerne in die Kommentare unten, ob ihr heute was Neues gelernt habt. Die Ausdrücke, die wir uns heute anschauen werden, sind um jeden Preis, um die Ecke, um Himmelswillen, um den heißen Brei herumreden, um Welten, um ein Haar und viel um die Ohren haben. Fangen wir also an. Wenn wir sagen, dass wir etwas um jeden Preis wollen, bedeutet das, dass wir alles tun werden, um es zu erreichen. Wir sind bereit, Risiken einzugehen und Opfer zu bringen, um unser Ziel zu erreichen. Ein Synonym wäre hier zum Beispiel unbedingt. Hier sind einige Beispiele. Er will um jeden Preis gewinnen, selbst wenn er dafür betrügen muss. Also hier könnten wir auch sagen, er will unbedingt gewinnen. Sie hat sich vorgenommen, die Prüfung um jeden Preis zu bestehen, auch wenn sie die ganze Woche dafür lernen muss. Anders gesagt, sie hat sich vorgenommen, die Prüfung unbedingt zu bestehen. Eine Struktur, die ihr bestimmt schon gehört habt, heißt um die Ecke. Die Grundbedeutung davon ist, dass etwas sehr nahe ist. Also oft außer Sichtweite, aber doch in der Nähe. Hier sind ein paar Beispiele. Das Restaurant ist gleich um die Ecke. Wir sind gleich da. Das bedeutet, das Restaurant ist in der Nähe. Oder ich habe das Auto geparkt und jetzt finde ich es nicht mehr. Ich glaube, es ist irgendwo um die Ecke. Das heißt also, ich glaube, es ist irgendwo in der Nähe. Es gibt aber auch eine andere Verwendung von um die Ecke. Es kann auch bedeuten, dass etwas bald kommt bzw. bald passieren wird. Zum Beispiel, Weihnachten ist schon um die Ecke. Hast du schon alle Geschenke gekauft? Weihnachten kommt bald, hätte in diesem Fall die gleiche Bedeutung. Der Winter ist schon um die Ecke. Ich muss dringend neue Kleidung kaufen. Anders könnte man hier zum Beispiel sagen, der Winter steht schon vor der Tür. Um Himmelswillen wird verwendet, um Entsetzen, Empörung oder Ärger auszudrücken. Wenn wir um Himmelswillen sagen, zeigen wir damit, dass wir schockiert sind oder dass wir etwas nicht glauben können. Hier sind einige Beispiele. Um Himmelswillen, was hast du getan? Du hättest dich verletzen können. Um Himmelswillen, wer hat diese schreckliche Musik ausgewählt? Häufig wird auch um Gotteswillen gesagt. Um Gotteswillen, warum musste das ausgerechnet mir passieren? Um Gotteswillen, pass auf dich auf! Ähnliche Bedeutungen haben auch die Ausdrücke Herrgott nochmal und meine Güte. Wichtig ist zu beachten, dass sie alle abhängig vom Kontext und Intonation auch in anderen Situationen verwendet werden. Wenn man um den heißen Brei herumredet, bedeutet das, dass man nicht direkt zum Punkt kommt, sondern das Thema so indirekt angeht. Hier sind einige Beispiele. Kannst du bitte aufhören, um den heißen Brei herumzureden und mir einfach sagen, was du willst? Eine alternative Wendung wäre in diesem Fall auf den Punkt kommen. Kannst du bitte endlich auf den Punkt kommen und mir einfach sagen, was du willst? Und hier ist noch ein Beispiel. Wir müssen das Problem angehen und nicht einfach um den heißen Brei herumreden. Noch eine mögliche Alternative ist zur Sache kommen. Wir müssen das Problem angehen und direkt zur Sache kommen. Ein weiterer Ausdruck mit der Präposition um, den ihr kennen solltet, ist umwelten. Umwelten drückt einen großen Unterschied zwischen zwei Dingen oder Zuständen aus. Synonyme Wendungen sind deutlich oder bei weitem oder einfach sehr viel. Hier sind einige Beispiele. Der neue Film war umwelten besser als der alte. Anders könnte ich auch sagen, der neue Film ist deutlich besser als der alte. Das Essen in diesem Restaurant ist umwelten teurer als in allen anderen. In anderen Worten, das Essen in diesem Restaurant ist viel teurer als in allen anderen. Der Ausdruck um ein H bedeutet, dass etwas nur knapp verhindert wurde. Synonyme Wendungen sind beinahe oder fast. Hier sind einige Beispiele. Ich habe gestern um ein H meinen Zug verpasst. Der Sturm hat um ein H das Dach des Hauses abgedeckt. Und die letzte Redewendung für heute. Viel um die Ohren haben. Diese Redewendung wird verwendet, um auszudrücken, dass man sehr beschäftigt ist. Synonyme Wendungen sind viel zu tun haben oder sehr beschäftigt sein. Hier sind einige Beispielsätze. Ich kann heute Abend nicht ausgehen, ich habe noch viel um die Ohren. Oder anders gesagt, ich kann nicht ausgehen, ich habe noch viel zu tun. Ich habe momentan viel um die Ohren, deshalb kann ich mich nicht auch um dein Projekt kümmern. Oder ich bin momentan sehr beschäftigt, deshalb kann ich mich nicht auch um dein Projekt kümmern. Das wäre also alles für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.